Es hat etwas länger gedauert und das tut mir leid. Auf jeden Fall, herzlich willkommen, Minecraft Story Mode 1 Episode 5, genau. Äh, ja, was soll ich, was soll ich groß sagen? Ich hab keine Ahnung, was mich erwartet. Hier wusste ich's wenigstens. Äh, alles ab hier ist so ziemlich, ähm, blind für mich. Deswegen, ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Sieht auch so, naja. Wir starten direkt mal rein. Ich werde nämlich unbedingt wissen, wie's weitergeht, jetzt nachdem wir den The Witherstorm besiegt haben. Falls ihr die letzte Folge verpasst habt, schaut sie euch auf jeden Fall an. War sehr spannend. Oh, Ocelots, einen wunderschönen guten Tag. Taito Games präsentiert. In Zusammenarbeit mit Mojang. Perfekt. Minecraft. Sorry, Mo. Das war jetzt aber nicht der Deal. Ach, ich hab einfach kein Boar, ist kein Problem. Okay, ich hab heute einfach keinen Boden. Eine Tätelgeschichte von Michael Chong und Steven Mc... Kassi? Ich konnte es nicht richtig sehen. Ja, den Rest müsst ihr selber lesen, Pech ihr habt. Kein Problem. Achso. Ja, das scheint so zu funktionieren. Hinter, hinter dir. Und... Bam. Wir scheinen schon echt Profi geworden zu sein. Das freut mich, äh, irgendwie. Ja, mal schauen, wie... Mal schauen, wie sich das so entwickelt, ja? Ich weiß ja nicht. Ich hab... Ich hab den Trailer zum zweiten Teil gesehen. War ganz cool, so was ich gesehen hab. Aber halt dazu hab ich halt noch null gesehen. Gar nicht. Huiiii. Hihii. Also episch ist schon mal. Also das fängt schon mal super episch an. Das freut mich direkt mal. Ist Alpha jetzt eigentlich auf unserer Seite? So, are we doing this? Order of the Stone? Let's get dangerous. Danger! Wir sind jetzt der Ordnungsstelle... Irgendwie hab ich das nicht ganz verstanden. Ende sowieso nicht. Aber nur gut. Wir starten also direkt einfach rein. Perfekt. Im Übrigen, vielleicht merkt ihr es, wir haben neue Aufnahmeeinstellungen. Das ganze Bild sollte jetzt besser aussehen. Und, äh, etwas schärfer als normalerweise. Wird ab jetzt immer so sein. Also, klar, ich hab noch ein paar Videos, die haben das noch nicht. Aber ab jetzt hab ich bessere Aufnahmeeinstellungen. Was aber auch bedeutet, dass die Spiele bei mir nicht ganz so hohe Grafikqualität aufweisen werden können. Das heißt, ich werd wahrscheinlich manche Spiele, ähm, ja, natürlich auf jeden Fall spielen. Ähm. Aber halt zum Beispiel bei Horizon Zero Dawn werd ich auf jeden Fall an den Grafikeinstellungen sehr viel runternehmen. Weil jetzt allein ohne irgendwas zu machen, nur Aufnahme ist mein Prozessor zu 25% ausgelastet. Das ist... bisschen, bisschen viel. Ja, ich... was hier? Pass dir mal an. Genau. Sehe ich das? Richtig sind das... Ancient Debris-Blöcke? Also halt nicht Ancient Debris-Debris. Um, Dings. Never-Ride-Blöcke. It looks like... Never-Ride-Blöcke. Ich glaub, wir müssen die einfach überall anmachen und danach haben wir einfach unser eigenes Grab geschaufelt. Oh, ich sag's euch. Oh, ich... Ich versteh' ihn. Maybe... Hier ist keiner mehr. Okay, das heißt, wir müssen eine richtige Kombination herausfinden. Hm, vermutlich. Ich mach jetzt erstmal das an. Das geht einfach gar nicht. Okay. Dann machen wir... das an. Dann das Gegenüber. Und danach das in der Mitte. Super, es fängt schon wieder gut an. Ich hab schon wieder keine Ahnung, was von mir verlangt wird. Perfekt. Rennen können wir immer noch nicht. Nein. Ich weiß sogar, dass die, ähm... Dings... ne deutsche Sprachausgabe hat, der zweite Teil. Da freu' ich mich dann schon drauf. Okay, ich bin lit überfordert. Axel, wir müssen das Save gleichzeitig drücken oder so. Ja, sag mal. Dann reden wir mal mit der einzig wahren Redstone Engineerin, Olivia. Ja. Ähm. Okay, I'm gonna figure this out. Never doubted you for a minute. Ich weiß es nicht. Ich mach jetzt mal... Das hier ist doch komplett weird. Es geht auf und geht danach wieder zu. Das hier... Schau dir das mal bitte an. Ich bin direkt überfordert. Perfekt. Wow. Mach mal bitte was Sinnvolles. Hi, Petra. Who's Petra? Hahaha. Kidding. Ja. Und woher? Ja, das ist schön. Ja, obviesslich auch. Also... Ich habe keine Ahnung. Wir machen... Das ist... Das geht ja nicht. Das geht nicht. Das hier ist auf irgendwie seine Art und Weise komplett weird. Und das hier, das funktioniert halt einfach. Könnte ich den Hebel drücken? Aber das bringt mir nichts. Axel, sag mal irgendwie was Sinnvolles. Los, wir gehen mal zu Axel und... Yo. Weiß ich nicht. Well, I want to make a room with an emerald floor, right? Who doesn't? I'm like four emeralds away, so getting some emeralds would be pretty sweet. Man, we have the best adventures, don't we? Yeah, it's pretty sweet. I was worried I wouldn't be cool enough or smart enough or whatever enough to be in the order of the stone. Thanks for always believing in me, buddy. You know it. Okay, I'm gonna keep working on this. Sounds good, dude. Äh, andere Frage. Was machen wir denn jetzt? Ich hab halt einfach keine Ahnung. Was kann ich denn im Netz noch sagen? Yo. Okay, I'm gonna keep working on this. Sounds good, dude. Ich bin überfordert. Ich weiß nicht, was genau die von uns verlangen. Das ist seit elf Minuten. Ich hab immer noch... So, habe you been having a good time hunting for treasure? If you'd asked me a couple of months ago, I would never have thought I would like all this adventuring and treasure hunting stuff. But this is actually been a really good time, and I've been getting lots of great stuff to build Ich kann nur auf diese Hebel drücken. Ich kann jetzt den hier noch herkommen. Ne, ich schau ihn mir mal an. Ähm, jetzt läuft das. Ich mach jetzt nochmal das hier. Und jetzt das letzte. Also rechts, Mitte, rechts und links. Leute, merkt euch das. Erst das rechte, dann die Mitte, dann wieder das rechte und dann links. Jetzt funktioniert es doch nicht. Perfekt. Holz und Lava. Immer eine gute Mischung. So creepy ist das doch nicht. Geht tief runter. Wir sind jetzt auf die Order of the Stone. Das stimmt auch. Ich erinnere mich an diese Zeit. Damals. 1962. Ich erinnere mich, als wäre es erst vor 70 Jahren gewesen. Ich mach mal bei jeder Kiste andere Sorgen. Bum. Aber der Kiste ist eine Liege. Ich gehöre dir, wenn du willst. Hey, wenn du es willst, dann ist es dir. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Danke. Huh. Ein Pumpkin? Nicht schlecht. Ich glaube, das könnte sinnvoll sein, wenn wir in Endermann gehen. Und es sieht, dass wir noch eine andere Sache in hier haben. Es ist... Punkt, Punkt. Was ist das? Magic Flintstil? Ich hab... ...keine Ahnung, was das ist. Es ist ein Flintstil, was bräuchte. Ich weiß nicht, ob ich das will. Das Spiel zwingt nicht. Ähm. Also, ähm. Ich weiß nicht, ob das der Plan war. Sieht aber nicht so aus. Ich mein ja bloß. Also... ...unangenehm. Redstone Rap. Uhu. Steht. Los. Wir sehen uns. Ich bin eigentlich der Einzige, der sich ab und zu mal fragt, wie schafft man es eigentlich so in diese Abenteuer reinzurutschen. Klar, das ist alles gescriptet, aber trotzdem. Ich hab gedrückt. Ich glaub, das geht schon so. Ähm. Ähm. Das war eindeutig der Plan. Ui. Na, da konzentriere ich mich doch mal jetzt ein bisschen mehr. Oh. Die weint. Oh. Los. Klettert. Klettert. Zack. Zack. Ich will gar nicht runtergucken. Nein. Geht doch weg. Was ist das denn? Das find ich jetzt unfair. Oh, stell drauf da. Perfekt. Die ist weg. Okay. Hä? Ich glaub, wir sind tot. Das Schwert. Das Schwert sieht sehr schön animiert aus. Ich werde es ein bisschen weggepackt. Du darfst kein Schwert haben. Das existiert. Ah, jetzt haben wir unser Schwert. Ja. Oh, der Diamant ist ja der theoretisch härteste Stoff auf der Erde. Also, ja. Dementsprechend hält er da ja gegen. Was ist denn mit meinem Dings? Das sieht einfach nur so, es sieht ganz schwert aus. Ganz schwertes Gefühl gerade. Ich bin so übergelichtet. Sehe ich das richtig? Ich weiß es nicht. Ich bringe meine Hand, gell. Das ist komplett weiß. Schwert. Also. Ich weiß nicht genau, was das ist. Deshalb will ich mich dazu da nicht öffnen. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Okay, was soll ich erst aufbauen? Das Gras. Nein, das Stump. Wie odd. Ja, das sind die Ocelots, ihr wisst schon. Wir sind doch ein bisschen böse, aber, aber, schaut euch die ersten Folgen an, dann wisst ihr warum. Schaut euch die ersten Folgen an. Er wird nicht aufhörst, wie ein Kugel. Du gehst das zurück! Nein. Hey, Lucas ist 10x den Mann, oder er ist ein Wiener Dingus. Ja, Lucas ist ein Hero. Das ist mehr als ich für euch von euch Kriebs. Du wahrscheinlich denkst, dass diese Sache so sehr speziell ist. Klassiker Jesse. Du gehst alles die beste Dinge und nicht mehr zu einem anderen eine Chance. Wir fronten dir auf jeden Fall. Ich bin so leicht gefrontet zu werden und zurück zu fronten. Ich bin so el wind over the Flint and Steel, Jesse. Don't make me ask again. Du stehst das nicht. Es Meinen dürfte sein. Habt ihr genug besonnen? So müsst ihr das machen, Leute. Aber nur ein Videospiel. Dass das Spiel nur mit 30 FPS läuft, finde ich so schade. Ich habe das ja oben für euch eingeblendet, dass ihr das aufseht. Aber ja. Ich habe das ja für euch extra einblenden lassen, damit ihr das aufseht. Aber es läuft halt wirklich nur in 30 FPS. Das ist schade. Es würde eindeutig in 60 laufen. Aber vielleicht wurde es auch gar nicht in 60 FPS konzipiert. Ja, ich würde auch Eivor fragen. Da er jetzt ja obviously auf unserer Seite steht, würde ich ihn fragen, weil er hat ja Plan von der Sache. Oder nicht? Weiß es nicht. Aber, was auch immer das jetzt gerade war, Leute, das sehen wir beim nächsten Mal. Wenn euch die Folge gefallen hat, zeigt das doch gerne mit einer Pose, die wir dann. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao, Leute. Bis dann. 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 Untertitelung des ZDF, 2020